bismillahirrahmanirrahim Hallo Freunde, willkommen zu der nächsten Folge, heute ist Tag 27 dran Wir fahren gerade zum Training, mein Onkel wird mich dann da im Landesstrittpunkt in Kreuznach aufsetzen und ja, der wird dann nach Hause, der muss halt noch ein paar Wiederschneidungen und ja, danach, nach dem Training werde ich dann zu ihm gehen das werdet ihr dann aber auch sehen Okay, Numan, viel Spaß, komm, haut rein Jack hat mich gerade abgelassen, ich geh jetzt rein Wir haben gerade trainiert, war ein gutes Training Ich hab da meinen Fasten mit Ahmed aufgemacht Auf jeden Fall, ja, ich geh jetzt mal zu Jack Freunde, ich fahr jetzt nach Hause, ich fahr bei Jack und ja, wir haben einfach ein bisschen geschnitten ein bisschen am Projekt weitergearbeitet und jetzt war ich nach Hause Ich denke, das ist aus vom Vlog Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben Abonniert Abonniert Abtweet die Blöcke Take, let's hit Zerstört den Light Button Weißt du, was ich meine? So gibt es einen fliegen am Knie, alle Paar Ellbogen gibt es auch Krass dazu Komm mal raus, ich raste aus den Dinchot Ja, Mann, stimmt halt Sadaqallahul Azeen Azeen